Nom nom nom, mh, lecker Spanferkel, oh es ist lecker, oh Ja, hab ich mich grad an diesem Brokkoli da verschluckt Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drakensank 2 Am Fluss der Zeit oder an der Festwachstafel der Zeit in diesem Fall Ich wünsche euch einen guten Morgen Ne, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen Wir stehen hier in der Halle vor dem Gemach des Kommandanten Blumfold Apropos große Halle, wir haben in der letzten Folge den Kampf in der großen Halle bezwungen Da unten sieht man noch die letzte ausgedeckte Bärenfalle Und hier liegen die ganzen fahnenflüchtigen Zöllner Hätten wir die mal lieber bei Taschmann schon verprügelt Dann hätten wir diesen Kampf uns wahrscheinlich etwas erleichtern können Oder wir wären mit Kuan da lang gegangen unten Vielleicht müssen wir später auch nochmal vorbeischauen, ob wir da jetzt lang gehen können Oder wahrscheinlich wären wir mit dem Kurano lang gegangen Wir wären hier rausgekommen und dann wäre ich da auch in dem Raum Wisst ihr was, bevor wir zum Kommandanten gehen Zuell-Kommandante Bevor wir mit dem quatschen Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück Oh, ich weiß, ich bin so gemein und das ist so ein Cliffhanger eigentlich Ich will auch mit dem reden Wir wollen ja nur reden, haben wir ja schon festgestellt Als wir mit den Leibwachen gequatscht haben Die uns zum Glück nicht angegriffen haben, weil das wäre mal wieder lustig geworden wahrscheinlich Obwohl, da wären wir zum Glück in der Überzahl gewesen Und dann Wir gehen Und dann hätte der Kampf wahrscheinlich etwas schneller fertig geworden sein Wäre schneller fertig gewesen Und wer auch fix und fertig ist, ist El Commandante Der uns jetzt mal hoffentlich etwas genaueres über die Beratenüberfälle erzählen will Was ich aber irgendwie bezweifle Ah, so lernen wir uns also noch persönlich kennen Gestatten, Stitos Blumfoldt Kommandant der Festung, in die ihr auf so rüpelhafte Weise eingedrungen seid Es ist mir eine Ehre, euch kenne Nein, eigentlich nicht Spart euch eure Höflichkeiten, Schurke Wir wissen, was ihr im Schilde führt Ihr seid mit den Piraten im Bunde Oh, das habt ihr also auch schon herausgefunden Wahrlich, beeindruckend Hat Taschmann noch geplaudert, bevor ihr ihm den Chaos gemacht habt? Kleine Frage am Rande Haben wir Taschmann wirklich getötet? Weil wie soll er dann in Ferdog, äh, Gardist werden? Na, egal Kommen wir zur Sache Was ist das für eine Abmachung, mit der ihr den Beraten, die ihr mit den Piraten habt? Der Tod eures Untergebenen scheint euch ja zu amüsieren Seid ihr wirklich so skrupellos? Taschmann sagte, ihr wäret vor uns gewarnt worden Wer hat euch von uns erzählt? Haben wir etwa einen Spion in den eigenen Reihen? Pah, ich bin ein praktisch denkender Mensch Ich weine nicht über vergossene Milch Aber wenn euch sein Ende so nahe geht, hättet ihr ihn vielleicht nicht töten sollen, nicht wahr? Vielleicht ist es ja auch nicht die Trauer über ihn, sondern eher um ein, sagen wir mal, verlorenes Leben im Generellen, aber gut Vielleicht sind wir ja nicht so praktisch denkend wie ihr, euer Kommandant Oh, das würde euch sicher brennend interessieren, nicht? Glaubtet ihr, eure Schniffelei würde nicht auffallen? Kaltenstein Wie einfältig von euch Erstaunlich, dass ihr es dennoch bis hierher geschafft habt Eure Wachen waren ja nicht die besten Es war ja nicht wirklich sonderlich schwierig, hierher zu gelangen Aber kommen wir nun endlich zur Sache Ein lukratives Arrangement Für ein paar Informationen lassen sie immer ein schönes Päckchen vom Schiff fallen Demnächst überfallen sie gar ein Elfendorf Ach, was sie mir wohl alles mitbringen werden Vielleicht ja einen Dolch ins Herz Man erzählt sich ja die außergewöhnlichsten Sachen über die Elfenfrauen Vielleicht kann ich es ja bald selbst überprüfen Alter Halsmaul Wir werden euch eure Kommentare in den Rachen zurückstopfen Ich denke, vor eurem Ende verwandle ich euch noch in etwas besonders Hässliches Wenn mir etwas einfällt, das noch abstoßender ist als ihr Spar dir die Zeit, Jakon, da gibt es nichts mehr auf der Welt Nun, ich denke, unsere kleine Unterhaltung neigt sich langsam dem Ende zu Ich bin nun mal ein vielbeschäftigter Mann und ihr fangt an, mich zu langweilen Vielbeschäftigt, ja, das sieht man Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dass man euch in Ketten legt von mir aus Sagt uns einfach, wo die Beraten sind Nun, ich habe mehr als genug Zeit Zunächst erzählt ihr uns mal, wo dieses Elfendorf liegt Ach, das ist doch einerlei Es gibt andere, die die Schätze von dort für mich holen werden So, und jetzt bin ich euer Fragen wirklich überdrüssig Und wir euch Wenn ihr es Ja, wo versteckt sich dieses Park? Ich habe es langsam satt auf diesem Fluss herumzudümpeln, nur um diese Kerle zu suchen Und was ist mit Mora? Ist sie auch bei den Piraten? Mora? Hm, interessant, dass ihr fragt Meine Flussräuberfreunde haben diesen Namen tatsächlich des Öfteren erwähnt Sie klang ziemlich aufgeregt Ach, wenn sie so wichtig ist Ist sie vielleicht sogar noch am Leben? Das würde euch sicher viel bedeuten, nicht wahr? Hm, nur schade Dass ihr es niemals erfahren werdet Mich würde mal interessieren, wie du so Wie ihr so selbstsicher sein könnt Im Angesicht meiner blankgezogenen Waffe Ihr seid besiegt nah Ergebt euch und wir werden Gnade walten lassen Gnade Guter Witz Spuckt besser nicht so große Törne, Töne Oder ihr werdet es gleich bitter bereuen Ganz recht Noch ein überheblicher Satz Und ich hole dem Kerl jeden Zahn einzeln aus seiner Visage Ihr scheint eure Lage nicht ganz zu verstehen Genau jetzt kümmert sich Kaltensteins Mann um eure Freunde am Schiff Und für euch habe ich noch eine ganz besondere Überraschung Kaltensteins Mann? Sein Lebensgefährte oder wie? Ne, äh Ist das zufällig der Dieser dubiose Händler, den wir am Hafen gesehen haben Der uns nichts verkaufen wollte? Nun werdet ihr mit meinem Schusstier Bekanntschaft machen Pah, mit dem kleinen Hündchen werden wir schon fertig Ach, doch nicht dieses Hündchen Komm, komm mein Kleiner Hol dir dein Futter Der Wächter Von Muria Wer hätte geglaubt, dass ich der Wahnsinn in dieser Festung doch steigern ließe Krakenmolch Oh, ein Lustkrakenmolch Krakenmolch-Zentakel Ach, du Heilige Verdammt Zum Glück haben wir gerade ein bisschen aufgerüstet Krakenmolch-Zentakel Was ist mit dem Typen los? Oh Ich wollte eigentlich Hier, L In der Burkhalle trafen wir auf Soldaten Die scheinbar hinter Taschmanns Rücken hier ihr eigenes Ding drehen wollten Und mussten uns gegen sie erwehren Schließlich gelangten wir in den Thronsaal des Kommandanten Der sich als genauso fett wie skrupellos herausstellte Und seine Abmachung mit den Piraten nicht abstritt Vorkrim wollte von ihm wissen, wo sie das geheime Verstärkter Piraten befindet Während Cuano nach Mora fragte Blumenvoll bestätigte, dass die Piraten von ihr gesprochen hatten Und prophezeite dann selbstgefällig unseren Tod durch sein Haustier Bevor er eine Falltür auslöste Besiege den Krakenmolch Wir sind im größeren Haustier des Kommandanten Einem Krakenmolch zum Fraß vorgeworfen worden Und müssen uns unsere Haut erwehren Und im Anschluss werden wir den Krakenmolch häuten Und uns vielleicht eine kleine Jacke draußen nähen Aber das, äh Das Darum kümmern wir uns später Die Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder raus Selbst wenn wir den Krakenmolch getötet haben Da kümmern wir uns erstmal um eine Sache Das wird ja sicher spannend genug Wahrscheinlich Und dort Zwei Hunde Würde gehen wahrscheinlich erstmal alle gemeinsam auf die Tentakel Während du mal hier Den hoch ran holst Und Yacon Anfängt zu zaubern Ja Wunde zufügen Ja, später vielleicht Kannst du Uns mal kurz buffen Ein bisschen Äh Ja Ach verdammt Ich habe zwei gedrückt statt drei Nicht genügend Platz zum Kämpfen Was Könnt ihr Ein bisschen Abseits stellen Und Ein bisschen zaubern Das wäre wunderbar Na Eieieiei Vielleicht sollten wir direkt auf den Krakenmolch Direkt drauf gehen Und nicht erst auf die Tentakel Ah, versuchen wir mal Sternenstaub Sehr gut Haben wir uns ein bisschen geholfen hier Komm, komm Und jetzt eine Wunde zufügen Es ist doch nicht möglich Dass ein solches Ungetüm In dieser Höhle leben kann Aha Ich frage mich nur wovon Er sich die ganze Zeit ernährt hat Ja Der Skelett Kämpft auch schon fleißig mit Da hat er ein wahres Wort gesprochen Wisst ihr was Ihr beide Ihr geht mal direkt auf den Ach, der verliert auch schon Wo Wurde verliert Und dann direkt die Gesundheit Na, ist egal Helfen wir mal ein bisschen nach Wenn wir beide eh gerade Im Fernkampf sind Kann da eben keine Wunde zufügen Aber nicht so nah rangehen bitte Ach ne, Vorkrim Nein Greif den weiter an Ich wollte nur kurz wissen Wie viel Alter Alter Zum Glück habe ich meine Schulhefte Nicht dabei Die werden jetzt vollgeschrieben Krakenmulchtinte Dich holen wir auch noch Blumenvoll Aha Aha Der hat leider nicht mehr Es ist allzu viel Mana Wie? Was machst du denn? Ach, der Warum tauch Hä? Äh, Jungs Komm mal Lieber ein bisschen nach hinten Ich habe Ein ungutes Gefühl Bei der Sache Oh fuck Glaube ich direkt Morphus Was sind denn Was sind denn Morphus Die schneckenähnlichen Morphus werden Bis zu vier Schritten lang Und können aus ihren Wanzenartigen Muskelzentren Giftige Hornsplitter Verschießen Man findet die langsam Schleimigen Tiere In wassernahen Sumpfigen Gebieten Wo sie von Schiffen Eingeschleppt wurden Aha Ist der Wasserduk Ist man auf den Und Ja Ja, genau Dann haben wir vielleicht Ein bisschen mehr Platz Zum Kämpfen Ja, von hinten Kommen auch noch welche Wen will der denn Angreifen Äh, äh 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 Hä? 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 Warum ist er tot? Was hat er gemacht? Oder was hat er nicht gemacht? Verdammt Vorkrim, schnell Beeil dich Fauliger Gestank Alter Die kriegen so derbe Viel Schaden Was sind da los? Bitte Oh oh Alles klar Ich habe ein ungutes Gefühl Komm, komm Heilen kann ich auch nicht Also Glaube ich jedenfalls Jedenfalls nicht so wirklich Das schaffen wir auch so Ja Wir ziehen uns mal ganz kurz zurück Wir ziehen uns zurück So Ähm Du Heilst Ja Ja Korn 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 Heilt dich Ja Ja Korn Kann der Kann der eigentlich Äh Kann Nicht Kampfer der Talente Wunden Wunderbar Hast du Ja hast du Wunderbar Perfekt Dann heilst du Einfach mal Kuano Dann machen wir so ein bisschen Gang Healing Misslungen Aber die Wunde Ist jedenfalls Schon mal Weg Das ist gut Ja Ist das Kuano Misslungen Oder was Hat er das Leben schon verloren Alter Ja Ach das ist der leichte Wundbrand Achso Äh Kommt da mal Alle hier Bisschen zur Seite Beisem Salabunde Haben wir Haben wir Haben wir Gegen Gift Zauber Nein Haben wir nicht Klarum Puvum Wäre das Haben wir Gegen Gift Gulmonte Ja Kannst du Kannst du Den mal benutzen Gulmonte Wen hab ich denn jetzt Gegeben du Leichter Wundbrand Gulmonte Warum kannst du den Warum kannst du den nicht benutzen Heilkunde Gift Du bist so blöd zum Trinken Alles klar Bitte Kann irgendjemand Heilkunde Gift Ja Nein Dann musst du wohl damit leben Also Jungs Der Kampf gegen den Tentakel Der ging ja einigermaßen Nur die Morphus Die waren halt echt krass Halt Stopp Stopp Halt Stopp Ja Ihr Ja Bleibt mal Lieber wieder Ein bisschen Im Hintergrund Während Cuano Ihm eine Versucht Eine Wunde Zuzufügen Und vor Krim Derbe draufhaut Aber nicht so nah rangehen Ja Ja So und Gleich nochmal Ach die kommen gar nicht Bis an den Rand Oder was Achso Ja Nicht genügend Platz Hätte ich Hätte ich das mal vorher gewusst Hätte ich nicht so viel Mana Verschwendet Cuano hat nicht genügend Platz zum Kämpfen Natürlich hast du genügend Platz zum Kämpfen Ja Kämpf doch mal Ja Ja Müssen wir es jeden Tentakel einzeln abtrennen oder wie Du kannst gerade eher nichts machen Hast du hier noch Platz zum Kämpfen Los Nicht so wirklich Das Skelett geht zur Seite Das ist gut Ja Du musst zur Seite Dann geh auch auf den hier Das ist so ein gestripteter Kampf Wir müssen einfach warten Bis die ganzen Wellen und so vorbei sind Die Morphus immer besiegen Das ist wahrscheinlich die eigentlichen Gegner So wie es aussieht Und die kommen jetzt Und zwar von wo Jetzt spawnen die wieder da bei dem Fass Ja Die sind auf jeden Fall da in der Ecke Bei denen müssen wir echt aufpassen Ja Weil die waren Alles klar Die waren krass Die waren echt hart Was? Ja Dem ist leider so Kannst du vielleicht Ja Hier einmal Fernkampf und Vorkriegen Muss angreifen Und zwar gleich so stark wie möglich Komm schon Du gehst auf den Oh nein Du darfst nicht gegen den alleine kämpfen Wie? Jakon 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 Hilft Cuano bitte Los Alles klar Oh je oh je Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache Weil die waren schon echt krass Boah ich dachte gerade Was kommt denn jetzt von da hinten Das Skelett Noch ein Gegner Bitte? Bitte? Ja Ja Ganz genau Vorkrim ist wenigstens sehr stark Und hat seinen Gegner schnell außer Gefecht gesetzt So Freunde und wir Gehen wieder sofort In die Ecke So dass wir nicht gleich weiterkämpfen müssen Sondern uns wieder ein bisschen heilen können Das war sehr schlau von vorhin Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ihr regeneriert ein kleines bisschen Auch Mana und alles Und ich stelle vielleicht die Kamera ein bisschen ein Dass man eventuell ein Thumbnail machen kann So Hier Dass die Hatter nicht stört Eine sehr spannende Szene für ein Thumbnail Oh verdammt Dann warten wir noch kurz bis das abgeklungen ist Sind ja nur ein paar Sekunden Und dann Geht's gleich Weiter Was der taucht immer nach einer gewissen Zeit ab Oder wie Ach nö Das ist ja blöd Da weiß ich wenigstens Aha Aha Dass ich gleich angreifen muss In der nächsten Runde Jetzt haben wir uns gesammelt Dann ist der Kampf Zum Glück recht schnell vorbei Also gegen die Morphus Ich hoffe die Die spawnen jetzt nicht mit der Zeit Ich will die nämlich nachher noch alle looten Alter Noch eine kritische Wunde Will ich nicht heilen Ja Sehr gut So Jetzt Ab auf den Tentakel Wie viele Tentakel hatten denn noch? Mit diesem Fangarm Versucht der Krakenmolch Seine Beute aus dem Gefekt zu setzen Bevor er sie verspeist Vielleicht kriegen wir Durch die Informationen Einen kleinen Hinweis Das ist also das Schoß Der des Zollkommandanten Stithus Blumfold Ein gigantischer Krakenmolch Dieses Wesen hat die Intelligenz Eine Ratte Aber seine Tentakel Und die ätzende Säure Die er spucken kann Machen das zu einem gefährlichen Gegner Legenden berichten Von ganzen Schiffsmannschaften Die ein wütender Krakenmolch Das Leben gekostet hat Ich kann doch nicht einfach abhauen oder? Ne Das ist ja alles zu Warum hat denn das Einen so viel Leben verloren? Ja wir greifen jetzt alle gemeinsam an So Und du Und du Ihr geht ein bisschen nach hinten Damit ihr aus der Ferne angreifen könnt So Und so Ja Und so Ja Wunde bringt bei dem ja eher nix ne Ne Dann greift ganz normal an Dann sparst du ein bisschen Ausdauer Ja Hier greift schön aus der Ferne an Das heißt wir müssen einfach Tentakel kaputt hauen Und dann kriegt der ja Wenn die Morphus weg sind Die dann irgendwann spawnen Schaden Und irgendwann haben wir den dann besiegt Alles klar Und Ja Ja Ein Egnifaxus nochmal geht leider nix Aber hier Donnerkeil Ja 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 Ah Endlich Los Klimmzüge Ah Sehr gut Kleines Haustier Hast du fein gemacht Tja Ein Blatt Hat sich dieser Klimm Selbst an seinen Liebling verfüttert Ich hätte ihm ja gerne persönlich den Hals umgedreht Aber so soll's mir auch recht sein Fech sei Dank Das war knapp Es hätte nicht viel gefehlt Und wir wären ebenfalls im Magen dieses Viehs gelandet Ein ziemlich Geschmackloser Tod wäre das gewesen Ich bin ja einiges gewohnt Aber dieser Gestank hier ist einfach unerträglich Wenn niemand etwas dagegen hat würde ich jetzt gerne wieder an die frische Luft Wartet Vielleicht finden wir hier noch irgendwas was interessant sein könnte Verzeiht Herr Magier Aber für einen Diener des Fuchsgottes wäre es unverzeihlich diese Gelegenheit nicht zu nutzen Ihr glaubt also es eurem Gott zu schulden dass ihr diesen übelriechenden Plunder hier einsteckt Wartet Sie scheint ein Bruststück von irgendetwas zu sein Heben wir es besser auf Cuano will wenigstens noch irgendwelche wertvollen Sachen mit Und der nimmt einfach irgendwelches Treibgut mit Ja was soll's egal Freunde Wir haben den Kragenmolch besiegt Ein richtig harter Kampf Wobei wie gesagt das härteste davon waren eigentlich diese elenden Morphus Die derbe reingehaut haben Ich weiß gar nicht warum Mit ihrem Gift oder so was sie da versprüht haben Auf jeden Fall Irgendwie haben wir es noch geschafft den Tintenfisch hier kaputt zu hauen Jetzt kriegt jeder Schüler in Deutschland ein Jahr lang gratis Patron Und ich verabschiede mich für diese Folge In der nächsten kehren wir dann Wir kehren aber sehr schnell dann zurück zu unserem Schiff zu Talaria Weil das scheint ja gerade laut dem Blumenfeld unter Beschuss zu stehen Weil der Mann von Kaltenstein es gerade angreift Und unseren Freunden dem Wie heißt der Kapitän Dielprag Und Stummer Hummel und den ganzen anderen Leuten Wollen wir natürlich auch helfen Und da müssen wir so schnell wie möglich zurückkehren Ich verabschiede mich für diese Folge Wünsche euch eine gute Nacht Und es war schönes Bis dann Und es war so schnell wie möglich